Nichts ist echt, alles Illusion. Du greifst ins Leere, ein Traum im Traum, im Traum. Freunde, nur weil ihr etwas mit eigenen Augen gesehen oder gehört habt, oder weil ihr vielleicht ein Bild davon gesehen habt, ist es noch lange nicht so passiert. Schaut euch etwa das Bild hier an. Wir sehen eine sehr intime Szene, eine persönliche Szene mit Donald J. Trump und der hochschwangeren Kamala Harris. Natürlich ist dieses Bild fake. Es wurde von sogenannter künstlicher Intelligenz generiert, namentlich von Grog, einem weiteren Elon Musk Projekt. Es sei angemerkt übrigens, dass Grog auf dem Open Source Modell Flux 1 von Black Forest Labs basiert. Für ein kommerzielles Massenprodukt aber ist Grog von atemraubend wenig Zensurfiltern gebremst. Man muss anerkennen, typisch Elon Musk, mal sehen, wie lange er das durchhält. Wahrlich nicht nur unter kreativen Künstlern wird heute diskutiert, welche Rolle künstliche Intelligenz zukünftig in der Gesellschaft spielen wird. Wobei die Diskussion unter Künstlern ist mir besonders ergiebig interessant. Manche diskutieren ja auch, ob künstliche Intelligenz das alles dürfen soll oder ob sich ein Verbot global durchsetzen ließe. Und die tumorartige EU-Bürokratie wird wahrscheinlich versuchen, EU-weit die KI noch strenger zu regulieren, sprich den USA und China einen weiteren Standortvorteil zu verschaffen. Die Realisten, wie etwa in der Musikindustrie, diskutieren ja inzwischen längst nur noch, wie und ob Künstler, genauer, die Rechteinhaber entschädigt werden sollen, mit deren Kunst dann die neuen Algorithmen trainiert wurden und KI-Betreiber können dann die Gegenfrage stellen, ob auch Kunststudenten, all die Künstler, von denen sie lernten, deren Kunst sie kopierten, dafür bezahlen sollten als Lizenzkosten. Nun, wie ihr vermutlich mitbekommen habt, benutze auch ich künstliche Intelligenz als ein weiteres kreatives Werkzeug. Ich verwende auch KI, um zu sagen, was ich euch zu sagen habe. Beispiele findet ihr zum Beispiel in meinen Thumbnails. Die Hintergrundbilder sind häufig mit KI generiert, nach meinen inhaltlichen Vorgaben. Oder statt stundenlang Musik herauszusuchen, die nur ungefähr passt und diese dann teuer zu mieten, schreibe ich einen Liedtext und sage dann der KI genau, wie dieses Lied klingen soll, in welchem Stil und aus meinen Worten wird ein neues Original geschaffen. Für jetzt verweise ich aber zum Thema Künstliche Intelligenz auf mein Essay Künstliche Intelligenz und Mäusespeck aus dem Jahr 2019 und dann auf den Essay Künstliche Intelligenz wird mich nicht arbeitslos machen und dich. Vom April dieses Jahres. Ja, ist ein langer Titel. Inzwischen verwende ich KI täglich und selbstverständlich und es ist nicht ein moralischer Wert der Handarbeit oder irgendwelche anderen Künstlereitelkeiten, die mich heute grübeln lassen. Kunstschaffende Künstliche Intelligenz und realistische Bilder wie die von Trump und der schwangeren Kamala erinnern mich an jene Wahrheit, dass die kognitiven Fähigkeiten des Menschen eher so auf, ich sag mal, Steinzeit ausgelegt sind. Unsere Institute und Staatssysteme aber sind so auf spätes Mittelalter hin ausgelegt, vielleicht auf frühe Neuzeit hin optimiert und das wäre schon optimistisch. Westliche Weisheit ist im allerbesten Fall die Renaissance-Interpretation der Antike mit etwas Christentum. Die Philosophien der übrigen Kulturgruppen dieses Planeten greifen ebenso um Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück. Mir scheint aber, dass die eine oder andere Kultur durch einen ordentlichen Schuss Pragmatismus den Westen dann ein- oder überholen könnte. Überholen in einem überlebenswichtigen Aspekt nach dem anderen, nicht zuletzt etwa mit der Geburtenzahl. Die Technologie aber, welche die klügsten der Menschen für uns alle geschaffen haben, ist eben nicht stehen geblieben, nicht in der Steinzeit und auch nicht im Mittelalter oder Renaissance. Ich würde diese Situation als die neue Conditio Humana beschreiben oder als unser Dreieck der Unzulänglichkeit, also was klügere Geister etwa so beschrieben haben. Wir bedienen Technologie des 21. Jahrhunderts mit Institutionen aus dem Mittelalter und kognitiven Fähigkeiten aus der Steinzeit. Dieses Dreieck der Unzulänglichkeit beschreibt, warum uns Bilder wie das von Trump und der schwangeren Kamala zwar faszinieren, aber dann doch auch überfordern. Ich zumindest fühle mich ein wenig hilflos, wenn ich das sehe. Künstliche Intelligenz kann komplett irreale Bilder schaffen, die von tatsächlichen Abbildungen der Realität bald nur noch durch logische Schlüsse zu unterscheiden sind, nicht mit kognitiven Fähigkeiten wie Augen und visueller Erfahrung. Es ist euer Verstand, der euch sagt, dass dieses Bild falsch ist, nicht eure Augen. Unser Verstand ist, unsere Augen sind ein wenig hilflos. In diesem Fall kommt der Verstand noch hinterher und unsere Institutionen sind es oft auch und wenn die überfordert sind, wird es gefährlich. Die Möchtegern-Diktatoren der EU-Bürokratie wollen gegen solche Desinformation vorgehen, gegen Desinformation, wie sie mit KI multipliziert und hergestellt werden kann. Man will künstliche Intelligenz regulieren, wie man alles regulieren will. Wie definiert man aber Desinformation, außer unter Bezug auf Orwells 1984? Ist Desinformation jede Information, die nicht vom Wahrheitsministerium freigegeben wurde? Ist Desinformation alles, was KI sagt? Ergibt 2 plus 2, denn nicht 4, nur weil eine KI das korrekterweise auch so sagen würde? Ich habe als Beispiel für KI-Geschöpfe hier nur ein offensichtlich falsches Bild von Donald und Kamala gezeigt. Vom Inhalt abgesehen fällt dieses Bild dadurch noch als Fake auf, dass es optisch etwas zu glatt, etwas zu perfekt ist. Echte Haut hat mehr Runzeln. Doch wir ahnen alle, dass auch dieses Problem bald repariert sein wird. Freunde, ihr dürft euch unwohl fühlen bei diesem Bild und erweitert euer Unwohlsein auf alle Informationen, die heute auf uns eindringen. Wir wissen nicht erst seit den RKI-Falls, dass Regierungen regelmäßig die Bürger anlügen oder sagen wir mal, nicht die vollständige Wahrheit vorlegen. Okay, aktuell versuchen sie ja schon wieder eine Panik zu machen. Nebenbei, meine Vermutung ist, dass die diesmal gar nicht erst versuchen werden, wirklich die Menschen zu überzeugen. Die bestellen einfach Millionen Einheiten irgendwelcher Geninjektionen. Sie lassen die Aktienkurse hochschießen und alle werden reicher. Also alle, die da oben nur Land und Volk werden ärmer und zum Schluss wirft man den ganzen Dreck wieder weg. Ich habe keine Lösung für das KI und das Fake-News-Problem. Ich bin mir relativ sicher, dass irgendwelche Faktensucher Teil des Problems sind und das Problem verschärfen. Ich weiß, dass sowohl harmlose Spaßmacher als auch böse Akteure, aber auch Propaganda und die Regierung täglich Unwahrheiten und Lügen verbreiten. Übrigens auch Lügen durch Weglassen ist der Lügen. Und ich weiß, dass unsere kognitiven Fähigkeiten immer öfter gefährlich hilflos sind. Weder du noch ich können heute entscheiden oder werden in Zukunft entscheiden können, ob eine neue Meldung oder ein neues Bild wirklich halbwegs der Wahrheit entspricht oder ob es eine Lüge ist oder irgendwas dazwischen. Freunde, nur ein Trottel ist sich immer sicher. Ich weiß, dass ich nicht weiß, so zitieren wir die Weisheit der Antike, doch präziser wäre. Ich weiß als nicht Wissender. Natürlich müsst ihr immer wieder von etwas sagen, dass ihr es wisst, sonst könntet ihr nicht in der Welt agieren und Entscheidungen treffen. Kein Mensch wird in einen Supermarkt gehen und Brot kaufen, wenn er nicht weiß, dass das Brot eben Brot ist und welche positiven Eigenschaften es hat, weshalb man es ja kauft. Doch selbst wenn ihr wisst, bleibt euch dessen bewusst, dass kein Wissen absolut sein kann. Werdet und seid euch dessen bewusst, dass ihr euren Augen nicht trauen könnt und das sage ich ganz genau so mir selbst. Lasst euren Verstand stets prüfen, ob das, was ihr selbst von den seriösesten Quellen hört, wirklich überhaupt einen Sinn ergibt. Und vor allem, seid euch bezüglich nichts, wirklich und endgültig. Sicher auch nicht dessen, dass es falsch ist. Wenn ich etwas poetisch formulieren darf, deine Augen blinzeln und dein Verstand will verstehen, doch hinter den Bildern ist oft nichts und wieder nichts. Was hast du überhaupt gesehen? Nichts ist echt, alles Illusion. Du greifst ins Leere, ein Traum im Traum im Traum. In diesem Sinne, lasst uns hier aus Anstand und zur Sicherheit den bald frisch gebackenen Eltern Donald und Kamala gute Gesundheit und viel Glück wünschen. So viel für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke natürlich allen Unterstützern. Eure praktischen Dankeschöns machen diese Denkarbeit erst real möglich. Link dafür ist in der Beschreibung. Und euch allen Dankeschön. Hier noch ein paar Takte Musik. Deine Augen blinzeln, dein Verstand will verstehen, doch hinter den Bildern ist nichts und wieder nichts. Was hast du überhaupt gesehen? Nichts ist echt, alles Illusion. Du greifst ins Leere, ein Traum im Traum im Traum.